auf diese tomaten freue ich mich schon am meisten oder mit am meisten die pflanze sieht nicht nur wunderschön aus sie schmeckt auch delicious also wirklich super lecker super lecker das ist die sweet splash elektra und wie ihr sehen könnt eine panaschierte eine panaschierte sorte die wunderschön aussieht diese pflanze mag diesen platz wohl sehr gerne im freiland natürlich alle ich habe hier vorne jetzt hier angebaut und das ist die schönste sweet splash elektra sie schmeckt fruchtig süß hat eine gute rest süße und irgendwie zitronig zum schluss also kaum zu beschreiben zitrone zwar sauer aber eine süße zitrone also sweet splash elektra wer die nicht probiert hat weiß ich nicht der hat was verpasst auf jeden fall